Update Version 8.0.9 ist erschienen, den werden wir uns heute einmal gemeinsam zusammen, du und ich, anschauen. Außer du guckst nicht hin, dann schaue ich mir ihn halt alleine an, ist auch okay. Und es geht um das Dimensionsloch. Die monatlichen Missionen sind dazu gekommen. Ja, die haben irgendwie beim Hauptupdate gefehlt, ist mir auch hinterher aufgefallen, dass da doch noch irgendwas kommen sollte. Ja, müsste jetzt da sein. Können wir uns gleich einmal gemeinsam anschauen, wie das Ganze da vonstattenläuft, dies, das. Es ist ja monatlich, sprich monatlich wird es wieder resettet. Ist ganz okay. Ist jetzt nicht durchgängig, wie bei BK oder GK oder InterServer. Das ist halt monatlicher Reset. So, da gibt es halt die Dinger, aber da gucken wir gleich gemeinsam rein. Wie man monatliche Dimensionspunkte erhält. Einmal monatlicher Dimensionspunkt pro Verbrauch von Dimensionsergie und abschließend vor monatlichen Missionen. Wie gesagt, das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Ich glaube, das ist schöner. Ansonsten Verbesserung des Dimensionsrates. Ja gut, die Angriffsreihenfolge kann man jetzt machen. Ich wusste gar nicht, dass es vorher gar nicht geht. Aber okay, ich habe mich damit jetzt auch noch nicht so stark beschäftigt. Aber ja, okay, das geht jetzt auch. Und Abyss Stufe Hartester. Ja, können wir eigentlich auch gleich einmal reinschauen. Mal so grob einmal rüber schauen. Je nachdem, wie lange das Video geht, schauen wir da mal rein. Ich bin immer noch nicht der absolute Fan von diesen Abyss-Dingern. Muss ich halt immer noch sagen, mag ich nicht. Ja, egal, was sie daran ändern, tun, dies, das. Mag ich nicht. Ist nicht mein Ding. Finde ich nicht so geil. Äh, ansonsten, genau, das ist halt dazugekommen, was geändert wurde an dem Boss bei Normal und Tartis. Außerdem wird jedes Mal, wenn der Boss oder die Kristalle mit einem kritischen Treffer angreifen, eine magische Kraft in der Kristallkugel gespeichert. Das ist das, was geändert wurde bei Abyss. Und, ja, ansonsten wurde noch Kairos Dungeon ein bisschen angepasst. Und zwar Anpassung der Balancing für die Etage des Abgrunds. Im Festung der Riesen ist in Hart die Angriffskraft des Bosses verringert worden. Die HP des Bosses wurde erheblich reduziert. Würde mich auch mal interessieren, was erheblich ist. Dafür wurde die Verteidigung erhöht. Aber naja, okay, man hat so oder so meistens einen Deathbreak dabei. Sprich, also es macht nicht so den krassen Unterschied. Also es müsste leichter sein, so, sagen wir es mal so. Die HP des mittleren Bosses und der normalen Monster wurden erheblich verringert. Also vielleicht kann man sie jetzt auch wieder One-Shotten. Vielleicht gibt es jetzt bald wieder Lucian-Teams, schnellere Speed-Teams. Kann sein. Ansonsten die Verteidigung der normalen Monster mit Ausnahme des mittleren Bosses und des Wasser-Golems hat sich leicht erhöht. Okay, die Verteidigung wieder als Ausgleich halt. Dann im Drachenbau hat sich geändert. Die HP des Bosses wurde erheblich reduziert. Und die HP der normalen Monster wurde erheblich reduziert. Da wurde gar nichts gebufft in der Sinne von Death oder so. Das ist einfach weg. Okay. Dann in der Nekro hat sich noch was geändert. Und zwar bei Normal. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Das ist halt dieser Warentag gerade. Ich hoffe, ihr hört diese Reden nicht. Senkung des Spiels. Bei Nekro waren wir genau. Etage des Abgrunds normal. Also bei Normal jetzt wurde die HP angeschafft. Und die Verteidigung des Bosses verringert. Aber ich muss sagen, Nekro hat mir auch absolut noch weniger gefallen als alle anderen. Aber okay. Dann Etage des Bosses hart. Habe ich nicht gefarmt. Ich fahre mit 10. Wenn ich Nekro farme, dann fahre ich 10. Derzeit. Muss ich ehrlich sagen. Etage des Abgrunds hart. Die HP des Bosses wurde erheblich reduziert. Die Angerichtskraft und Verteidigung des Bosses wurde verringert. Und die HP Angerichtskraft des mittleren Bosses wurde verringert. Also wurde overall alles ein bisschen leichter gemacht. In der Praxe. In der Theorie. Ob es in der Praxe auch der Fall ist. Weiß ich nicht. Ansonsten Strategie. Monster Info wurde jetzt hinzugefügt. Uninteressant. Anpassung der Balancing im Riss Raid. Die Verteidigung des Bosses wurden in allen Leveln verringert. Okay. Das ist in den Raids. Sehr gut. Okay. Aber das erinnert sich an der Dropding. Was die meisten Leute stört im Raid sind die Dropdinger. Sind kacki da. Weil da jetzt halt auch die ganzen Raiddinger kommen. Dadurch ist es noch unwahrscheinlicher Viewzeug zu kriegen. Wie ist das? Ansonsten. Ja. Das hier verstehe ich. So semi. Deborah wurde gebufft nerfed. Sag ich mal. Eher generfed als gebufft. Und zwar die Effekte Angriffsschwäche, Verteidigungsschwäche und die Angriffsgeschwindigkeit verringern. Die Gegner erhalten wurden von 25 auf 30% geändert. Darüber hinaus werden die Verrückungseffekte gegen Bosse nun auf 15% begrenzt. Also es ist mehr so ein Buff in Nerf. Ja. Also sie ist jetzt overall in den Zwischenstages PVP. Die Stars wurde es erhöht auf 30%. Aber in den Bossen wurde es begrenzt auf 15%. Also so gesehen um die Hälfte. Das liegt denke ich jetzt viel daran, dass das hier angepasst wurde. Und dadurch, dass das hier angepasst wurde, wäre es wahrscheinlich mit Deborah einfach noch leichter. Das ist denke ich der springende Punkt an der Sache. Weswegen die Deborah jetzt da mit reingenommen haben. So gesehen als kleiner Balance-Patch-Dings. Es liegt halt viel daran, dass sie das hier erheblich reduziert haben. Und wenn dann eine Deborah kommt, ich glaube die klatschen den halt so weg. Und ich denke das ist das große Ding. Bei der Übergrenzung und Senkung der Schwierigkeitsgrad am Ende des Abgrunds und Riskspray zugänglicher machen. Genau. Das ist halt die hohe Effizienz der Runenschmiede. Die Stars genau das, was ich sagte, ohne es zu lesen. Es liegt halt viel daran, dass das sonst zu broken wäre, wenn die jetzt so geblieben wäre. Deswegen haben sie die einfach mit angefasst so gesehen. Ob man es gut oder schlecht fände, ja ich sag mal danach hat keiner groß gefragt. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich mag diese Kacke nicht. Ja, ich finde es umso leichter, desto besser. Weil ich habe ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, mir da irgendeinen Kram Kacke rauszusuchen. Damit ich wieder halbwegs okay den Mist farmen kann. Deswegen war ich nicht ein Fan davon. Und deswegen ist okay. Ja, wenn sie es leichter machen, dafür wird auch Deborah ein bisschen anfassen. Ist in Ordnung. Ja, was könnten wir denn hier machen? Abschluss des Dimensions Dungeons 10x. Rune voller Art antiker Kraft. Wahrscheinlich eine gedroppt bekommen oder aufwerten oder sowas. Oder craften. Erwirb einmal, okay. Erwirb einmal eine, okay. Also das sind die Missionen, die wir haben. Dazu können wir dann sowas hier machen. Wenn ich jetzt das hier nehme. Das hier nehme. Und einen antiken Dings. Aber hier sind coole Sachen bei. Also das muss man schon sagen. Es sind echt nicht viele anscheinend. Ne, das sind echt nicht viele Sachen. Und ich glaube, wenn das halt voll ist, ist es voll. Also es fängt nicht wieder von vorne an. Wenn du das durch hast, hast du es durch. Mehr gibt es in diesem Monat dann halt nicht. Ne, so denke ich es. Kann ich jetzt natürlich gerade nicht sagen. Aber so vermute ich es. Okay. Hier haben wir so ein bisschen Stuff bekommen. Und hier können wir... Au, eine Rune. Ach so, das ist der Ausgleich zum Predator wahrscheinlich. Der Predator ist ja weg. Das wissen viele, denke ich. Und der Ausgleich dazu könnte jetzt diese Truhe sein. Die sind alle okay. Also die Qualrune ist fine, wenn man einen Attack braucht. Zum Beispiel für einen Bellenuss oder sowas. Die ist echt nicht schlecht. Die Nemesis-Rune ist auch gut. Wobei mir ein bisschen eine Death-Werf fehlt. Aber das ist auch geil. Die Wille ist in Ordnung für einen... Ja, okay. Man könnte Kritschaden durch HP austauschen. Und dann könnte sie gut für einen Supporter sein. Ja gut, und die ist kacke. Aber die drei, äh, diese drei hier, die sind overall alle nicht bad. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wüsste ich selber nicht. Was brauche ich denn? Also in der Regel brauche ich weder die. Die brauche ich aktuell nicht. Äh, die wäre interessant für beispielsweise Raccooni. Ja, also wenn man dann hier noch Death reinkaut. Anstatt... Ah, wobei hier fehlt die Rest. Also Rest wäre hier noch cool für einen Raccooni. Ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich für die Wille-Rune. Die Werte sind high. Death-Rest ist gut für supportlastige Monster. HP muss man halt rein craften. Das ist so eher das Ding, was mich ein bisschen stört, weil HP schon sehr interessant ist. Äh, naja, oder vielleicht die Nem-Rune. Uah, das ist schwer. Weiß ich nicht. Entscheide ich schon ein andermal. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, welche ich da nehme. Weil die muss ich mal gucken. So, okay. Ähm, oh. Ich hätte gerne einfach dasselbe Team. Würde ich ganz gerne einfach einmal probieren. Wie weit man damit kommt. Was ist da nochmal drin? Ich glaube, Doppelrauk. Kali war da drin, ne? Der Werde. Äh. Astar. Und ja, Doppelrauk, ne? Ich glaube, das war... Ich glaube, das war das Team. Was mich halt interessiert ist, ob man mit dem Team hier auch noch spielen kann. Aber nee, Doppelrauk kann nicht sein. Was war da drin? Doch, Doppelrauk. Geht ja gar nicht mehr. Stimmt. Äh, dadurch, dass... Äh, man hier begrenzt ist auf die Monster. Sollen wir es einfach mit einem Crow oder mit einem Trick-Ao versuchen? Ist ja prinzipiell dasselbe. Ich glaube, ich versuche es einfach mal mit einem Trick-Ao. Let's go. Ist zwar Wind, aber ist egal. Wir schauen mal. Es geht ja nur um die Team-Attacks, glaube ich. Und vielleicht auch ein bisschen um Schaden. Ob man normal so schaffen könnte. Keine Ahnung. Einfach mal rumtechten, ob das jetzt hier noch Funks genuckelt. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Fan von den Abyss-Zeug. Äh, hätten die meines Erachtens auch so lassen können. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich hier Mittelboss, bitte Angriffs... Äh, Mittelboss, Boss, Boss. Let's go. Ich will nämlich wissen, ob das so noch farmable ist mit dem Team. Oder ob man wieder normal nochmal ein komplett neues Team machen muss. Was... Ich hasse es. Na, ich hasse, dass dieses Team rumgesuche ist. Wah. Ich will einfach nur farm. Und nicht mir irgendwelche Teams ausdenken, Mann. Ne? Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Also normal könnte bestimmt noch funktionieren. Äh, aber ob Dings funktioniert, hart bezweifle ich mit dem Team. Weiß ich nicht. Hat die Form sich jetzt komplett... Oh, wow. Die steht jetzt. Der Wahnsinn. Und sie hat ein Schild. Wow. Hey, was macht das? Ist das das nicht? Wieder steht ein... Ja, irgendwas macht es. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Wer... Ah, das Schaden. Wenn wer fails oder es fällt nicht. Dann weiß ich, dass es funktioniert. Es wird nicht funktionieren. Alter. Alter, wie häufig greift die denn an? Holy shit, Alter. Geht das nach jedem schädlichen... Was? Warum? Wieder steht schädliche Effekte und speichert... Wenn ich nicht krippe. Alter, ist ja... Ne, hab ich ja gar keinen Bock drauf. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, das verhame ich nicht. Ne, hab ich keinen Bock drauf. Dann muss ich mir wieder ein Seek bauen und so ein Shit. Und dann wieder Ruhen verschwenden. Ne, danke, Alter. Wie schnell... Also, ob man jetzt hier einen großen Unterschied merkt, wenn ich jetzt mit meinem Team hier reingehe. Ohne Deborah ist das Team. Mit Deborah funktioniert es auch. Könnte ja sogar ein bisschen besser funktionieren. Weil die ein bisschen schneller fliegen anscheinend. Angeblich. Weiß ich nicht. Also, das will ich jetzt sehen. So zeitlastig mal. Wenn man sich das jetzt mal gleich zeitmäßig so zum Vergleich nimmt. Einfach mal. Also, man merkt es schon ein bisschen. Also, erheblich. Weiß ich nicht, ob ich dazu erheblich sagen würde. Aktuell. Aber, äh... Man merkt es schon. Dass die... Ja, doch. Also, die... Hier diese Zwischenstages, die merkt man schon. Was ich jetzt noch nicht so ganz sehe, ist der... Ja, danke übrigens, Galeone. Ähm... Das... Also, jetzt bei dem Mittelboss weiß ich nicht, ob ich das jetzt so... Unterschreiben würde. Oder jetzt hier der Endboss. Dann müsste ich jetzt halt mal... Ja... Vielleicht, aber... Also, allzu krass. Ja, doch. Jetzt mit Deathbreak. Oder? Weiß nicht, ob man da groß was merkt. Hm. Ich glaube, groß merkt man da nichts. Also, man merkt es schon. Also, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Teams angenehmer laufen werden. Aber ob ich da jetzt sagen würde, ich merke da groß was, würde ich nochmal Nein sagen. Aber okay. Gut, das war es zu dem Update, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.